Zini macht Auge. Zini macht Auge. Herzlich willkommen bei Zini macht Auge. Ja, heute zu einem ganz, ganz speziellen Reaction-Video von mir. Ich bin ein wenig überrascht. Ich habe es doch tatsächlich mehr oder weniger in den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz geschafft. In den Podcast Fest und Flauschig. Ich werde nicht namentlich erwähnt, aber es ist relativ klar, dass man über mich spricht. Beziehungsweise Olli Schulz, Grüße gehen raus. Jetzt tue ich etwas, wovon sich Olli Schulz eigentlich gewünscht hat, dass ich es nicht tue. Aber ich muss. Vielleicht müssen wir einfach erstmal die Stelle uns gemeinsam anhören und dann gehen wir in die Analyse. Ihr könnt ja selber mal beurteilen, ob ihr der Meinung seid, dass hier jemand über mich spricht. Ich glaube schon. Ich habe so ein Ding gesehen, wo jemand einen Schreit von uns rausgenommen hat. Ich weiß nicht, wie der Horst hat. Irgend so ein beknackter YouTuber. Olli Schulz zerstört Böhmermann. Wo wir uns so streiten. Wenn wir uns hier streiten, streiten wir uns hier immer noch auf einem Level, wo wir einfach uns gegenseitig sogar anlachen, wenn wir das machen. Und wir streiten uns nicht mit engener Wut. Oder der andere vertritt hier eine Meinung. Es geht hier nicht um Ideologien. Manchmal sind wir nur ganz klein facettenmäßige Aussichten. Und fickt euch alle, die sie Sachen nehmen und hier irgendwie versuchen zu bewerten, wenn wir uns mal streiten. Ich versuche diesen Podcast genau wie Jan immer noch ehrlich zu halten. Und manchmal reibt man sich. Aber das ermächtigt euch Ficker da draußen und Fickerinnen nicht, das hier rauszuschneiden. Okay, dazu erstmal. Also ich vermute ganz stark, dass er mich meint, weil mein Video eben genau so hieß. Er hat ja den Titel eben genannt. Oder beziehungsweise das Thumbnail Olli Schulz zerstört Jan Böhmermann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der liebe Olli sich das Video komplett angeschaut hat. Denn natürlich war das Thumbnail übelstes Clickbait. Und das kann ich auch total nachempfinden, dass Alvan als Beteiligter dieses Podcasts und als Beteiligter dieses Streits, wenn man das sieht, dass man als erstes die Augen rollt und denkt, was für ein bescheuerter Kack-Trittbrettfahrer, würde ich wahrscheinlich genauso sehen. In meinem Video habe ich aber ja letztlich das Fazit gezogen, dass ich es total cool finde, dass die beiden sich streiten, dass sie sich gegenseitig klar die Meinung sagen und dass ich es extrem cool fand, dass sie das ja drin gelassen haben im Podcast, dass sie es so gesendet haben. Das heißt, das war ja mein Fazit dessen. Jetzt sagt Olli Schulz, das stört ihn. Okay, deswegen, ich weiß nicht genau, ob er das Video zu Ende gesehen hat. Wenn man nur das Thumbnail gesehen hat, dann glaube ich, beziehungsweise kann ich nachempfinden, dass man das extrem kacke findet. Das sind leider, das muss ich auch mal sagen, das sind leider die Spielregeln bei YouTube. Ihr habt das vielleicht auch beim Parabelritter schon gesehen, beziehungsweise ich habe mit allen möglichen YouTubern schon gesprochen und alle berichten eben das Gleiche. Man findet dieses Clickbaiting nicht cool, aber man ist mehr oder weniger genötigt, das zu machen, weil sonst eben du keine Aufmerksamkeit bekommst. Also der Algorithmus straft dich letztlich ab, weil er eben, also man könnte das wahrscheinlich nur aufbrechen, wenn der Algorithmus ganz explizit nach Clickbait analysieren würde und dann die Entscheidung treffen würde, wer Clickbait macht, dessen Reichweite wird zurückgehalten. Das wäre eine Maßnahme, die funktionieren würde. Aber indem man das den Menschen überlässt, ja, was fishy ist, also was irgendwie so Anreiz gibt zum Anklicken, wird auch geklickt. Das ist so. Wir hören mal weiter, was für ein Arschloch ich bin. ...analysieren und irgendwelche Küchenpsychologie zu benutzen oder sonst was. Und wenn ihr das irgendwann macht, dann streiten wir uns hier nicht mehr. Dann sind wir genauso wie die anderen Arschloch-Podcast. Also hört auf. Das fände ich schade, weil, wie gesagt, habe ich ja gerade schon vorweggegriffen. Mein Fazit war ja, dass ich das sehr, sehr cool und authentisch finde. Ja, ich kann nur sagen, bei mir gilt eigentlich immer die Regel, hör dir den Scheiß bis zum Ende an. Ich weiß, es ist viel verlangt. Ich sehe irgendwie aus wie ein Penner. Ich provoziere ohne Ende in meinen Thumbnails. Das, ja, es ist eigentlich total schwierig, weil hätte ich das Video so nicht genannt, hätte er es sich auch nie angeguckt. Hätte er es auch nie ansatzweise angeklickt. Wahrscheinlich vielleicht hat er irgendwie die ersten 20 Sekunden geguckt. Das heißt, was mache ich denn jetzt? Also klar, ich könnte natürlich sagen, alles, was ich mache, ist kacke. Das ist so, aber ich glaube, man muss den Menschen auch lassen, dass sie über Podcasts sich unterhalten, dass darüber auch Inhalte gemacht werden. Das ist eine Verwertungsökonomie heutzutage. Ich fand die auch nicht immer cool, aber ja, deswegen mache ich selber Reaction-Videos, weil ich der Meinung bin, wenn es sowieso ganz viele machen, dann möchte ich es wenigstens mit ein bisschen Mehrwert machen. Mir noch irgendwie den Gedanken mehr machen und versuchen, da was Sinnvolles zuzusagen. ...mit der Scheiße und lasst uns hier unser Ding fahren und schneidet nicht irgendwas raus und benutzt das und aneignet das für eure eigenen YouTube-Scheißsachen. Das ist Podcast-Aneignung, das dürft ihr gar nicht, ihr Fick. Der Vorwurf läuft natürlich ins Leere. Podcast-Aneignung greift bei mir nicht. Ich bin ja Anti-Woke. Alles, was Aneignung ist, ist erst mal gut für mich. Nein, Spaß beiseite. Also, lieber Olli, falls du dir das Video hier anschaust, ich kann deine Wut irgendwo verstehen. Gleichzeitig mache ich natürlich trotzdem weiter. Jetzt möchte ich gerne noch an eine Stelle switchen, die ein bisschen erklärt, wie sie überhaupt zu, beziehungsweise wie Olli Schulz überhaupt zu diesem Fazit gekommen ist. Denn sie reden davor mal wieder über dieses Trans-Thema. Und das Trans-Thema ist bei den beiden einfach jedes Mal der absolute Sprengstoff. Und wir hören mal rein. Also, Jan Böhmermann hatte ja jetzt irgendwie seinen x-ten Grimme-Preis bekommen. Und vor der Veranstaltung, also vor dem Austragungsort, da gab es dann ein paar Protestanten, Protestierende, ich weiß nicht genau, was das richtige Wort ist, Demonstranten, keine Ahnung, die gegen Böhmermann demonstriert haben, waren jetzt nicht so viele. Aber da geht es gerade drum. Ich bin an dem Abend, weil es gab eine Demonstration von Turds. Nein, nicht Turds. Turds sind Scheißhaufen. Er tut es natürlich schon wieder. Er meint, ich glaube, Turfs. Frauen, die trans-exkludierende Feministinnen, die alten, die respektable Akademikerfrauen, alle wirklich sicher viel getan für Feminismus. Du meinst die alten Frauen, die ohne Penis noch? Ja. Herrlich. Und das Schöne ist, ich weiß gar nicht, also Olli Schulz sagt hier, die alten Frauen, Oldschool, das ist ein Witz von Ricky Gervais. In seinem Programm sagt er das. Ich stehe auf die Oldschool-Frauen, die ohne Penis. Und man merkt richtig, der Wilming kann es gar nicht lustig finden. Er darf es nicht lustig finden. Und ja, genau genommen, weil man ganz präzis ist, könnte man jetzt so laut dieser ganzen Logik, dieses Turfs und Trans-Community-Kriegs-Ding, also dieser Kriegslogik nach, könnte man Olli Schulz jetzt Transfeindlichkeit vorwerfen. Ich bin mittlerweile ein richtiger Profi in dem Gebiet. Also ich kenne alle Kniffe. Die alten Frauen ohne Penis, aber mit dem Frauenbuchladen und viel Energie. Bömi, Vorsicht, den Witz darfst du eigentlich nicht machen. Auch eine Struktur, die politisch was verändern kann. Nur das politische Ziel ist so ein bisschen abhandengekommen oder hat sich so leicht verschoben. Okay, also den Take, den Jan Böhmermann jetzt macht, ist letztlich zu sagen, ey, hier, ihr ganzen Oldschool-Feministinnen, chillt mal, ihr habt eigentlich gar kein Ziel mehr. Was wollt ihr denn noch? Ihr dürft doch wählen. Was wurde noch so erkämpft? Ich weiß es gar nicht. Also Frauenrechte wurden ja in den 70ern, 80ern, ich weiß nicht ganz genau, viele erstritten. Wenn man sich da mal genau mit beschäftigt, ist es teilweise erschreckend, was für Gesetze es eigentlich noch gab, wo man sich wirklich so denkt, krass, das ist noch gar nicht so lange her, wo wir das mal gleich gestellt haben, würde ich sagen. Ist das das richtige Wort? Wie auch immer. Und jetzt sagt er im Prinzip, wer jetzt immer noch für Frauenrechte kämpft, der hat ja irgendwie sein Ziel mehr oder weniger verloren. Also elf irgendwie ganz freundliche Feministinnen. Erstmal hat sich die komplette Riege meiner Sendung mit denen fotografieren lassen. Also die ganzen Frauen, die Chefredakteurinnen und die ganzen starken Frauen, die den Text geschrieben haben, den ich präsentiert habe, die haben sich dann erst mal mit den Frauen fotografieren lassen, die, ohne dass sie das wussten, die gesagt haben, Böhmermann ist ein Frauenhasser und haben sich eins gegrinst. Ich verstehe den Take hier auch. Also was Böhmermann hier macht, ist, er stellt im Prinzip klar diesen ganzen Text, den er nur präsentiert hat, ganz wichtig. Also das ist schon mal so ein ganz kleiner Hinweis, den ich persönlich auch wichtig finde, weil was man häufig falsch macht, wenn man jetzt ZDF Magazin Royal kritisiert, man sagt im Grunde, Böhmi ist das alles schuld. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist ein großes Team. Da ist eine Redaktion. Er präsentiert das Ganze. Natürlich wird er sich mit dem Thema mehr oder weniger im Rahmen der Redaktionssitzungen auseinandersetzen. Aber ich glaube nicht, dass er da nochmal die Zeit hat und die Kapazitäten hat, nochmal in eine weitere journalistische Recherche reinzugehen, sondern er bekommt dann sozusagen das präsentiert. Und wenn das für ihn schlüssig klingt, dann präsentiert er es. Jetzt betont er, dass mit diesen protestierenden Feministinnen sich sein weibliches Redaktionsteam da ablichten lassen hat, die sich so ein bisschen darüber lustig gemacht hat. Und warum sagt er das? Weil er natürlich klar machen will, guck mal, das haben ja Frauen geschrieben. Seinen Text haben Frauen geschrieben. Und es sind alles starke Frauen. Und er arbeitet mit diesen Frauen. Wie kann er denn ein Frauenfeind sein? Und ich kenne diesen Impuls, warum man das sagen möchte, total. Ich kenne das zum Beispiel, also ich persönlich ist jetzt kein großes Geheimnis, bin kein Gender-Fan. Also dieses sprachliche Gender, ich halte davon nicht viel. Und immer wieder kriegt man dann an den Kopf geworfen, ja, dir sind Frauen egal. Oder dir ist die Sichtbarkeit von Frauen egal. Du bist ein Macho und so weiter. Und wenn du sowas hörst, dann ist so ein ganz natürlicher Instinkt, dass du sofort denkst, ey, stopp mal, ich habe super viele Freundinnen. Ich habe mit ganz vielen Frauen zu tun, die mich doch alle mögen. Und für die, ich bin überhaupt nicht das, was die gerade sagen. Und am liebsten will man diese Frauen in meinem Umfeld so nehmen und sagen, ey, sag doch mal was. Verteidige mich doch mal. Weil das natürlich sehr naheliegend ist. Wenn dir vorgeworfen wird, dass du gegen genau diese Gruppe bist, dann willst du natürlich am liebsten, dass diese Gruppe für dich Partei ergreift. Den Impuls verstehe ich, nur der ist natürlich schwachsinnig. Weil natürlich werde ich in meinem Umfeld ganz viele Frauen haben, die bestätigen werden, dass der Cini voll der nette Typ ist und überhaupt nicht machohaft ist und überhaupt nicht frauenfeindlich. Auf gar keinen Fall. Nur das entkräftet das eigentliche Argument nicht. Also es kann ja sein, dass ich in meiner Bubble, in meinem Freundeskreis, natürlich die, die mich komplett kennen, meine ganzen, meine Werte und so weiter kennen. Und vielleicht habe ich trotzdem Ansichten, die frauenfeindlich sind. Das kann gleichzeitig sein. Also es ist ein bisschen ein Mindfuck. Deswegen, ich verstehe, warum Böhmi das macht. Es entkräftet aber nicht wirklich das Argument, ob die Sendung vielleicht ein bisschen problematisch war. Ist kompliziert, aber muss man manchmal aushalten. Dann bin ich da so ein bisschen hintenrum reingelacht. Ach man, diese Debatte, ganz ehrlich, ganz kurz, ich da mal einhaken, wenn das hoffentlich bald mal aufhört, zwischen, also wirklich, also das ist wirklich auch so ein leidiges Thema des Leuten. Absolut. dass diese Debatte, Transfrauen, TERFs oder TERFs, was heißt TERFs, also diese ganzen, diese zwei Bubbles, die da einfach vor allem natürlich auf Twitter sich immer weiter bekriegen. Es ist sehr anstrengend. Da gibt es mittlerweile super viel Kollateralschäden. Ich sehe, dass auf beiden Seiten, jetzt muss man wieder aufpassen, klar, ich relativiere und so weiter, aber es ist halt, was ich beobachte. Ich habe wirklich angefangen, Leute oder Menschen zu folgen, die ganz krass auf beiden Seiten aktiv sind. Also die einen, die sehr, sehr vehement gegen die ganze Transbewegung argumentieren und natürlich, ich habe auch Folge auf vielen Transfrauen oder Transpersonen, Transmänner wie Frauen und auch vielen Aktivisten, die selber nicht trans sind und so weiter. Also ich habe mich da komplett reingeschmissen und versuche, so viele Impulse wie möglich aufzunehmen und ich muss halt leider sagen, auf beiden Seiten sehe ich Verhalten, was völlig bescheuert ist, was nur eine Provokation ist, was nur Öl ins Feuer gießen will, was nur eine Beleidigung ist und das sieht man auf beiden Seiten. Das ist keine Wertung darüber, ich habe das nicht irgendwie meta-analysiert, was jetzt da am Ende schlimmer ist, ist ja auch schwierig manchmal zu beurteilen, aber ich habe wirklich versucht, mich so weit es geht, von einer Vogelperspektive das Ganze zu sichten und meine Beobachtung ist, wie auch jetzt im Prinzip die emotionale Reaktion von Olli Schulz ist ja, es ist einfach nur noch anstrengend und ich kann bestätigen, ja, es ist anstrengend, weil von beiden Seiten einfach Akteure da sind, die auch an überhaupt gar keinem Kompromiss oder einer Befriedung dieses Konflikts interessiert sind. Das, so ehrlich muss man sein. Also wirklich, beide Seiten gibt es, es gibt wahrscheinlich sogar Leute, die einfach nur Bock auf den Konflikt haben. Das muss man auch immer berücksichtigen, weswegen ich ja auch sage, don't feed the troll, also wenn irgendwer offensichtlich nur provozieren will, ja, da kannst du jedes Mal ein Screenshot von machen, kannst aus deiner Bubble präsentieren, und die Bubble wird ausrasten. Das wird jedes Mal funktionieren und so wird's, so kommen wir auf dieser ganzen Ebene einfach nicht weiter. ...sich so verkannen, das gesellschaftlich so auseinander, ein Thema, was uns wirklich nicht auseinander... Ja, die haben sich verkantet und jetzt mal, oh, ich will gar nicht drauf eingehen, aber ich kann das total nachvollziehen und ich, also es gab so viele Programmbeschwerden, auch von Akademikerfrauen und ganz wirklich respektive Frauen, die bestimmt viel getan haben für den Feminismus. Erstens, wichtig, es gab extrem viele Programmbeschwerden, also das heißt, diese Sendung wird auch intern natürlich besprochen worden sein. Also, da kann mir keiner erzählen, dass die alle sich auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, haben wir gut gemacht. Also, da auch nochmal, da sieht man, dass Kritik durchaus sinnvoll ist und auch was bewirken kann. Ich würde da jetzt gar nicht so drauf hoffen, auf eine Entschuldigung oder so einen Quatsch oder Richtigstellung auch nicht, sondern manchmal ist es auch einfach notwendig, einen heftigen Protest zu äußern, eine Programmbeschwerde oder viele Programmbeschwerden und das macht euch Folgendes bewusst, sowas hat eine Wirkung. Selbst wenn jemand nach außen erst mal so tut, als wäre das voll dämlich und wir hören gleich auch mal weiter, selbst dann kann man davon ausgehen, sowas hat eine Wirkung, es geht nicht spurlos an einem vorbei und ich würde dann immer Menschen auch die Chance geben, das mal sacken zu lassen und dann einfach mal zu beobachten, ob die Entwicklung der nächsten Sendungen, der nächsten Statements, aber auch wirklich mal über Monate hinweg, ob die nicht ein bisschen anders werden. Und immer jemanden, immer nur auf eine Sache festzunageln, halte ich dann auch für irgendwann total dämlich, weil irgendwann mal hat man halt ein Statement gemacht und das ist manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal je nach Kontext oder je nach Zeit vor allem, kann man das so sehen, kann man es so sehen, man wird jetzt wahrscheinlich bei mir auch irgendwie ein, zwei Jahre alte Sendungen rauskramen können und dann findest du einen Satz, den ich gesagt habe, den man auch vielleicht aus heutiger Sicht komplett falsch verstehen kann, aber ich halte nichts davon, Sachen aus einem zeitlichen Kontext zu reißen, also da vielleicht auch nochmal wohlwollend interpretieren und sagen, mal beobachten, wie es denn so weitergeht. Allerdings, und jetzt kommen wir leider dazu, Böhmi, ja, lässt jetzt nicht ganz so viel Einsicht aufblicken. Die auch ein tolles Netzwerk immer noch haben und Kettenbriefe schreiben können und sowas, aber wenn das politische Ziel und das Ziel des Kampfes sich so ein bisschen verändert, weil das Rad der Zeit dreht sich ja nun mal weiter, die Welt, die Gesellschaft entwickelt sich ein bisschen weiter, wenn man da nicht hinterherkommt, dann bleibt am Ende noch diese kalte Wut und dieses Unverständnis, warum die Welt einen nicht mehr versteht und warum auf einmal junge Leute sich scheinbar gegeneinstellen, das ist gar nicht so. Das tut mir immer so ein bisschen leid, ich bin auf jeden Fall hinten rum reingelaufen. Auf alle Fälle. Ja, also das ist jetzt auch so eine Leid, also im Prinzip diese ganze Kritik, auch diese Programmbeschwerden, die watscht er jetzt so ab und sagt im Prinzip, ja, die sind halt alle jetzt old school und die kommen nicht damit klar, dass die Welt sich weiter dreht und das Statement finde ich ein bisschen schräg, weil, nehmen wir mal diese ganz bescheuerten Protestformen, also das wirklich Aggressive und nehmen wir das mal raus und gucken mal, was bei diesem Trans-Thema dann so inhaltlich übrig bleibt, dann bleibt da eben nach wie vor ein Selbstbestimmungsgesetz, was offensichtlich nicht ganz so unproblematisch ist, wie ein Jan Böhmermann es gerne darstellt. Ganz offensichtlich, warum ist das so? Warum ist das nicht ein No-Brainer? Weil es noch nicht da ist. Warum ist es noch nicht da? Weil es anscheinend offensichtlich, es geht gar nicht anders, es ist nicht meine Interpretation, sondern die Tatsache, dass das Gesetz noch nicht da ist, obwohl es jetzt schon über ein Jahr oder anderthalb Jahren angekündigt war, die Tatsache, dass es noch nicht da ist, zeigt doch schon, es ist nicht so leicht. Es gibt da anscheinend irgendwelche Konfliktpunkte, über die man sich Gedanken machen kann. Oder dabei geht es zum Beispiel um die Möglichkeit, das Gesetz zu missbrauchen. Weil letztlich, Bömi sagt dann immer so, ja, wer die Existenz abspricht, darum geht es doch gar nicht. Also Vollidioten geht es darum. Aber einem großen Teil derer, die Bedenken äußern, geht es nicht um irgendwelche Existenzrechte und es geht nicht darum, irgendwie Transfrauen oder Transmännern Steine in den Weg zu schmeißen. Das ist völliger Blödsinn, sondern es geht darum, dass so ein Gesetz eben viel da hängt ein großer Rattenschwanz dran. Und da kann viel mit passieren. Und da muss man genau gucken, was heißt das jetzt für Frauenschutzräume? Was heißt das jetzt für Frauengefängnisse? Was heißt das, wenn ich jetzt einfach sagen kann, ich kann ins Stadthaus gehen und kann eine Frau werden? Was hat das mit, was hat das für Auswirkungen bei der Kriminalität, wenn ich meine Identität natürlich nicht vollends, aber so ein bisschen jedes Jahr verschleiern kann? Das sind alles Punkte, die habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist auch keine Panikmache, was man dann gerne denen vorwirft. Es heißt, es ist alles nur rechte Panikmache. Rechte springen darauf auf, ja, aber das heißt nicht, dass an der Kernkritik nichts dran ist. Und wie gesagt, ich sage es jetzt ein für alle Mal noch einmal, allein die Tatsache, dass es noch nicht da ist und das irgendwie anscheinend nicht so leicht ist, zeigt doch schon, an der Kritik muss irgendwas dran sein. Und jetzt wieder blenden wir die ganz Extreme mal aus, ja, und konzentrieren uns mal einfach auf das, was dann übrig bleibt und dann ist da eben was. Da kann man auch das jetzt nicht so wegwischen und sagen, ja, das sind halt alles alte feministische Frauen, die im Prinzip gar kein politisches Ziel mehr haben und die kommen halt nicht damit klar, dass die Welt sich weiter dreht. Da habe ich tatsächlich dran, wenn sich diese, wie du sie nennst, Turfs, ich mag diese ganzen Ausdrücke nicht, aber radikale Feministin und sich vielleicht ein paar Transmenschen irgendwann mal vielleicht zu arbeiten. Nein, 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 stopp, stopp, nein, 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 ich diskutiere auch nicht mit Rassisten, ich diskutiere nicht mit Rassisten. Und hier hat Böhme leider wieder seinen Glanzmoment im negativen Sinne. Ich diskutiere auch nicht mit Rassisten. Ja, genau. Und das ist genau die Taktik, die ich, die ich hardcore bemängle, wo ich sage, das kann man so nicht machen. Damit kannst du den Diskurs natürlich sofort platt machen, zu sagen einfach, ja, wer irgendwas am Selbstbestimmungsgesetz kritisiert, der ist quasi Rassist. Also das ist dasselbe, wie als würdest du mit Rassisten diskutieren, das ist dasselbe, als würdest du mit Faschisten diskutieren und mit Faschisten spricht man nicht. Haben wir entschieden. Mit der Logik kannst du im Prinzip jede Debatte augenblicklich killen. Und dass er auch hier wieder so rumschreit und das wirklich niederbrüllt, zeigt mir einfach schon wieder, da fehlt mir ein bisschen die Gelassenheit und ein bisschen den differenzierten Blick auf die Sache. Also das ist leider nicht ganz so toll. Hier nicht mit Leuten, die andere Leute ausschließen. Ja, das ist aber so eine alte 19-jährige Antifreihenstelle. Nein, nein, nein. Du tust immer so, als wenn du so ein großer Antifreihensteller bist. Nein, ich verstehe das. Lass mich doch mal meinen Satz aussprechen. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Und höre mir nicht den Satz. Trans-Frauen und Feministinnen sind gleichermaßen schuld daran, dass Trans-Frauen ausgegrenzt werden. Nein, ich rede gerade, lass mich doch mal einen Ersatz ausreden. Wenn die einfach, tu nicht immer so, als wenn du so ein 19-jähriger Aktivist bist, der gerade total beroten Kopf kriegt. Ja, dann halten wir die Klappe. Es ist alles ganz einfach. Und deswegen gibt es das Selbstbestimmungsgesetz ja auch schon. Wait. Lass mich was sagen. Nach kannst du dir was sagen. Es ist ja ein Podcast, wo wir beide reden. Wenn es irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, dass man sich aus der Ferne nicht mehr mit seinen Theorien anschreit und sich gegenseitig genauso, wie du das auch ein bisschen anstachelst, weil es ja auch gerade populär ist, sondern es wirklich mal hinkriegt. Irgendeine Talkrunde, irgendeine Reihe, wo diese Menschen, die verkanntet sind, miteinander reden, dann glaube ich tatsächlich daran, dass wir das hinkriegen und wir nicht nur aus der Ferne uns gegenseitig mit irgendwelchen Sachen belegen. Daran glaube ich immer noch fest. Ja, da muss ich jetzt aber auch da mal sagen, auch wenn Olli Schulz das von mir nicht glauben wird, weil ich natürlich ein verfickter YouTuber bin, der einfach nur hier Trittbrettfahrerei betreibt. Ganz ehrlich, das ist genau, was ich mache. Ich zeige, was die Extremstandpunkte sind, zeige, dass die bescheuert sind, zeige aber gleichzeitig, um was es im Kern geht und das da natürlich auch debattiert wird. Vielleicht nicht medienwirksam genug. Da würde ich schon auch sagen, das ist ein bisschen schiefgelaufen. Weil warum höre ich eigentlich jetzt noch nicht die Gründe, warum das Selbstbestimmungsgesetz noch nicht da ist? Weil das könnte man ja sehr schön mal in der Debatte mit aufnehmen. Aber es traut sich keiner ran. Ich sage euch, in den politischen Hinterzimmern wird das natürlich diskutiert. Die werden die ganze Zeit schon daran arbeiten und feilen und diskutieren, wie man da irgendwie eine bessere Lösung entwickeln kann, die sowohl Transmenschen eben ihre Transitionen vereinfacht oder ihre Identität vereinfacht und wenn man trotzdem nicht die Gefahren oder die Sorgen von Frauen komplett ignoriert. Und das ist eine sachliche Debatte, die man führen kann. Aber, und jetzt muss ich noch mal ganz kurz sagen, Kritik an Jan Böhmermann, wenn man diese Debatte führen will, dann darfst du nicht Transaktivisten deine Sendung schreiben lassen. Weil das ist doch klar, da kriegst du eine radikale Position, die Böhme bis heute leider vertritt. Also, das ist ja auch meine Kritik an der ganzen Sendung. Du kannst so eine Sendung machen, aber es ist dann halt mehr eine, es ist eine Aktivistensendung und es ist im Prinzip, ja, es ist Schlammschlachtunterhaltung. So. Also, es tut mir leid. Olli, wenn du dir die anständige Debatte wünschst, dann wirst du sie nicht von Böhme bekommen. So, jetzt habe ich schon wieder darauf reagiert. Es tut mir leid. Ich bin ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Ich hoffe trotzdem, dass ich unterm Strich irgendwo noch mal ein bisschen klar machen konnte, was hier vielleicht die Problematik ist bei der ganzen Geschichte. Und, dass es mir auch hier nicht darum geht. Also klar, mein Thumbnail wird auch jetzt wieder Clickbait ohne Ende sein. Aber es geht mir nicht darum, noch weiter Öl ins Feuer zu gießen, sondern irgendwo versuche ich schon, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich verstehen. Ja, das heißt noch nicht, dass sie sich einig werden. Das ist immer ganz wichtig, dieser Punkt. Also, ich erst mal verstehen, was denn der Part oder der Punkt des jeweils anderen ist. Und dann kann man gucken. Und ich würde sagen, aus meiner Perspektive, also von der komplett unbeteiligten Perspektive, weil ich als Kerl, mir ist das komplett egal. Ich bin nicht trans, ich bin keine Frau. Mir könnte es komplett egal sein. Ich sehe nur, da bekriegen sich welche und haben sich verkeilt und sind komplett unsachlich geworden. Und ich hoffe immer, dass ich beiden Seiten irgendwie Sachen zeigen kann, die vielleicht zumindest verstehen lassen, warum es diesen Konflikt gibt. So, das war Cini macht Auge. Für mich ein Highlight. Ich habe es in die Sendung geschafft, fest und flauschig. Leider nicht so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.